hallo herzlich willkommen zurück zu absturz zockt the walking dead in der letzten folge haben wir ja gedacht wir nehmen banditenlager auseinander aber da war nur eine frau und danny beziehungsweise den hatten einfach hat sie einfach erschossen und ich bin immer noch schockiert über diese situation vollkommen eskaliert und jetzt gehen wir uns erst mal beruhigen gehen zu den kindern in den stall wo sich katja um die kranke kuh kümmert was war das für eine folge alter schwede it's okay clementine you can pet her it's okay go ahead whoa katja says mabel could have her baby tonight we'll see clementine what's this thing daddy said it's called a salt lick yeah but don't lick it it's gross did you lick it i don't know ja das heißt wohl ja habe ich äh ein leckstein ist ein salzstein damit die tiere eben auch was durch ihre normale eben sehr viel grashaltige nahrung nicht so viel salz zu sich nehmen gibt es eben diese salzlecksteine und ja das ist eigentlich eine schöne erfindung wir gucken uns mal die kuh an katja kann man auch reden ne mit clementine kann man erst mal reden geben mir ihre mütze wieder erst mal so my hat you found it i knew you'd find it you said you would listen did you give your hat to anyone no did you see any strangers around the motor end who might have taken it no why it's probably nothing just let me know if you ever see anything like that okay i will hey lee do you think you'll ever have kids i'd like to someday maybe a little girl like you that's nice you'd be a good daddy well thanks for finding my hat you're welcome clint do you want to pet the cow with me so reden wir mal mit dem lieben guten tag so reden wir mal mit dem lieben guten tag hab ich etwas verpasst? nein, nicht wirklich hm, das klingt lustig hier wie manure what's manure? duty kids hey there andy yeah how's the cow? well better now we got doc on the case we met this woman up in the woods she seemed to know your brother uh yeah he uh he probably talks a little more than he ought to uh when do you think uh we might eat hungry huh don't worry mama's cooking up some good grub thanks yep okay mit katja selber können wir nicht nochmal quatschen gut dann schauen wir mal hier rein nix okay ah wir können überall mal durchschauen ich will ihn in den Häusern ich will ihn in den Häusern nur kurz zu deiner Mutter okay okay tja hier hängt so ein Leckstein, wie ich euch erzählt hab die haben nur noch eine Kuh, ist nur noch übrig oha empty leere Kisten haben die denen vielleicht nur leere Kisten gegeben? und sind die Banditen deswegen sauer? da so so alt Klamotten leere Kisten Okay, gibt es noch was? Was ist denn mit der Tür hier? Was? 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 The Point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chances to get a good meal of those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. Alright, professor. What'd ya have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No, why would you say that? Well, you're, you know, urban. Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Hmm. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. Well, just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Okay. Da ist definitiv irgendwas dahinter, was wir nicht sehen dürfen. Ich brauche erstmal was, um das Ding aufzukriegen. Ich kann jetzt Andy nicht ablenken. Aber wie kriegen wir das Teil auf? Irgendwo muss hier was rumliegen? Mach mal erstmal zu. Konzentrieren wir uns erstmal auf die Suche. Okay, wir brauchen was. Wir brauchen dringend was. Das ist nur Heu. Hier ist sonst nix weiter. Wir hatten uns ja schon überall umgesehen, oder? Können wir mit Lily nochmal reden? Entschuldigung. Was ist passiert, Lee? Was etwas passiert? Es ist vielleicht etwas passiert, mit dem Bond. Ich sage dir, Lee. Die länger wir hier bleiben, die mehr Probleme wir uns in. Und was genau das ich muss tun tun tun? Wenn du in da und starten durch andere Menschen's shit, dann kommst du es. Aber wenn es mir geht, wir müssen einfach nur unsere Essen und gehen. Das war's für mich. Ich beginne zu denken, dass dein Freund da oben noch eine andere Agenda hat. Ich werde alles schauen. Schau dich, Lee. Womit wir im Stall was öffnen können. Reicht hier auf. Hahaha, im Werkzeugkasten. Natürlich, wo sonst? Multifunktionswerkzeug. Sehr schön. So, und das haben wir. Okay, und wie wir dann weiter vorgehen, bzw. was hinter der Tür ist, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Heute ein bisschen kürzer, weil ich muss noch viel aufnehmen. Aber die nächste Folge wird wieder länger. Also, liebe Grüße reingehauen, euer Rob.